Herzlich Willkommen zu dem ersten Video bei dem Kanal Kaikon1. Ich bin hier gerade in Minecraft und ich werde hauptsächlich Minecraft Let's Playen. Also auch hauptsächlich PvP. Ja, ich gehe dann mal in die erste Runde. Ich spiele hier 8er Survival Games. Ja, jetzt muss man mal kurz warten. Und hier muss man halt, wer halt Survival Games nicht kennt, muss man Kisten suchen und dann gutes Zeug bekommen wie Schwerter und so. Und dann muss man halt im PvP gegen andere kämpfen. Ja, und ich bin hier gerade in der Lobby und versuche das Jump'n'Run. Ich glaube ich schaffe das. Ja, ich schaffe es. Ich habe es geschafft. Ja, man kann das Jump'n'Run nur noch rückwärts machen, aber das ist richtig leicht. Das schaue ich immer nach dem ersten Versuch. Jetzt so, ich schaffe das nichts beim ersten. Ja, und ja, die Runde startet auch in 20 Sekunden und ich wähle mal eine Map aus. Sandylands, das ist die, äh, das ist meine Lieblingswelt, weil es gibt da viele Kisten und die kriege ich meistens. Jo, ähm, ja, eigentlich, ähm, ja, die Runde startgleich. Und ich werde nicht zur Mitte rennen, weil die ganzen Leute rennen immer zur Mitte und dann, ich will, dann kriege ich die meisten Sachen nicht. Deswegen renne ich immer woanders hin, zum Beispiel hier hin, weil hier ist immer die erste Kiste und dann auf dem Haus da oben ist die zweite und dann gibt es noch eine dritte. Aber die Kisten sind nicht immer an der gleichen Stelle, zum Beispiel wie hier. Eigentlich müsste hier eine Kiste sein, aber da ist keine. Ja, toll, hier ist auch keine Kiste, da oben auf dem Berg ist auch meistens eine. Und da verfolgt mich einer. Oh Gott, oh Gott, hier ist gegangen. Puh, hab ich nochmal Glück gehabt. Ja. Jetzt renne ich zur nächsten Kiste, da wo ich meine, wo eine Kiste ist. Ja, hier ist eine Kiste. Oh, die war schon, hier war schon einer, aber hier noch nicht. Ja, und hier ist auch noch eine Kiste. Oh, ein Steinschwert. Ja, das ist sehr gut. Ähm, so. Oh Gott, der nächste Spieler ist 38 Blöcke entfernt. Ich versuche den mal zu kriegen. Und ich werde immer so ein, zwei Runden, Zweifelgames spielen. Ja. Ey, wo ist der denn? Ach, der ist über mir. Hey, wie kommt man denn jetzt hier hoch? Toll. Ich weiß nicht, wie man hier hochkommt. Ah, da halt. Ach, da kommt man noch. Oh Gott, wie gut der ist. Oh, ich hab mich noch gekriegt. Puh, das war knapp. Ja. Ich bin nicht so gut in PvP. Und da kommt gerade der nächste. Nein. Ja. Ähm, Entschuldigung, wenn ich irgendwie ein bisschen leise bin. Mein Mikrofon ist irgendwie richtig leise. Ich weiß nicht, warum ich das richtig laut eingestellt hab. Und, ja. Ich suche mal ein paar mehr Kisten. Hm, hab ich neu. Oh, ich hab ja noch was zu essen. Ähm. Na, man, oh. Die Kisten sind hier schon alle weg. Es lebt noch vier Spieler. Und, ja. Und da war wohl richtig schlechte Sachen. Hm. Irgendwo hier in der Nähe muss der nächste Spieler sein. Sieht man da unten. 38 Blöcke. Da. Oh Gott, der... Oh Gott. Nein. Ich sterbe. Oh, ich bin gestorben. Ja. Hier sieht man noch einen Spieler, den ich gerade spektate, aber ich hab keine Lust zu spektaten. Ich geh jetzt zur nächsten Runde. Und die Landschaft wird runtergeladen. Oh, Mann. Ich glaub, mein Spiel hat sich aufgehangen. Naja, egal. Ich glaub, ich beende jetzt mal die Aufnahme. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und tschüss. Tschüss.